ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen folge ala wac das horrorspiel mit mir natürlich ich hoffe euch geht es allen gut und ja ala wac ist ein horrorspiel und ich hatte schon reingeschaut ja auch bisher bei allen weg ich kann nach breitfonds mit meiner frau alles danke dass du mitgekommen ich habe gedacht dass die vielleicht schreiben könnte ich will es nicht hören jetzt wird sie vermisst alles ich erwachte hinter dem steuer eines stimulierten autos mir fehlt eine woche ich wurde von albtraumhaften schatten menschen angegriffen sheriff breaker brachte mich zum see und zu unserer hütte aber die hütte war verschwunden schatz ich bin zu hause hier hinten liebling wie war es das schlechteste wetter aller zeiten du solltest dir einen kaffee machen der wärmt dich auch so dann wählen wir mal dann wollen wir mal gucken was hier abgeht ne der kaffee maschine einschalten so ich bin der typ und die kaffee maschine wird bestimmt hier sein weil hier ist auch unsere küche das wetter sieht aus es ist unsere neue wohnung können wir mal nach draußen gehen können wir nicht hier sind karton ach hier ist mein schatz sie liegen auf deinem schreibtisch sag mir wie sie sind im ernst hätte nicht gedacht dass du das so schnell schaffst ab und an kann ich wahre wunder vollbringen mein schatz ach ja zumindest warst du letzte nahe dieser meinung das ist mega zumal was hier fisch bilder hängen naja wir gehen dann mal weiter ok das abgeschlossen ja soweit ist alles in ordnung was mit mir los ist erkläre ich dir sonst morgen auf jeden fall hallo tony hallo max so wenn wir mal die sicherheitskasten überprüfen wie geht's euch schatz das ist ein stromausfall ich hab die taschenlampe ja 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 könnte besser gehen max könnte besser gehen beziehungsweise beziehungsweise könnte besser sein aber erkläre ich wenn ich mal bei euch bin weil hier im stream würde ich das jetzt nicht erklären was mit mir los ist ich weiß ich weiß dass es dumm ist aber es ist besonders wenn ich nicht darauf vorbereitet bin weißt du es macht mir angst ich liebe dich ich liebe dich erzähl mir eine geschichte ok als kind hatte ich immer diese albträume und auch angst vor der dunkelheit als es richtig schlimm wurde gab mir meine mutter einen alten lichtschalter genannt der clicker den clicker ja wann immer ich angst vor der dunkelheit bekam konnte ich mit dem magischen licht des clickers die monster vertreiben na klar ja ich denke mal ich schaue morgen wohl mal vorbei also ich war gestern schon eine stunde da aber da war noch keiner ähm außer ähm ja ne da war keiner außer haju haju war kurz da aber der hat irgendwie auch nicht mit mir gequatscht ähm ja gestern hatte ich kurz noch ich glaub eine Tour ETS gespielt ja ja hm wie geht's Ihnen Mr. Wake? ist Ihnen übel? sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake wie geht es Ihnen? mir geht's gut meinem Kopf auch ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken ich konnte nicht ohne Alice hier weg hm sehr gut ich glaube Sie haben keine Gehirnerschütterung aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen danke gut Mr. Wake das war's wir werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome kommen Sie einfach wieder vorbei so das war's dann Sarah ähm Sheriff Breaker wartet auf Sie Sie macht Ihre Arbeit sehr gut ich bin sicher dass Sie Ihre Frau schnell finden wird wow wow was für ein rieses Gebäude hier vermisst Richard Wein Weinstein und Jakobsmüller nicht von einem Schirmchen ausfügen wir zurück in Kontakt abgebrochen wenn Sie die Männer gesehen haben oder wissen wo Sie sind aufm halten rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer aha verschwunden alle wie viele Leute hier so auf einmal verschwinden ist der auch verschwunden äh verschwunden bestimmt die sind verschwunden die sind verschwunden dann gehen wir mal hier rein kommen Sie rein Mr. Wake Ihr Telefon liegt auf dem Tisch der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen suchen Sie schon nach meiner Frau? meine Leute sind dran können Sie mir erzählen was passiert ist? ich bin mir nicht sicher ich erinnere mich nicht wir haben uns gestritten ich bin aus der Hütte gelaufen die Hütte am Cordran Lake? wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? ja das weiß ich äh kann ich mir auch vorstellen wie gesagt tut mir auch leid dass es zur Zeit so ist dass ich äh nicht rar war aber wie gesagt es ist zur Zeit bei mir viel viel Stress und ja wer ist da? gehen Sie auf dem Hinterhof links im Zaun ist ein Loch sehen Sie in der Schrottkarre nach ich habe Ihnen was da gelassen damit Sie sehen dass wir auf einer Wellenlänge sind wenn Sie die Bullen los sind treffen Sie mich im Eldermut Nationalplatz aber Mr. Wake kann ich Ihnen irgendwie helfen? schönes Polizeirevier auf jeden Fall frische Luft sie meinte ich könnte hinten raus natürlich Mr. Wake hey hey können Sie hier das Licht das Licht anmachen? die Deputies verstehen mich nicht wollen nicht auf mich hören es muss hier drin hell sein ha ha sauf mal weniger dann wird es auch hier hell hihihi aber warte mal was ist hier denn? hey 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 können Sie mir helfen? können Sie das Licht einschalten? hey ja sowieso was interessiert mich der Besoffene der so oh Gott ist das hell hier boah warte mal ich geh mal wieder rein so Freunde wir können wir den mal ein paar reinhauen hier der geht mir aufm 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 Geist alter nein alles gut irgendwie ja so die Schrottkarte äh was hier nicht alles ist ey Thermoskanne Radio es war wieder eine lange Nacht Freunde ich muss allmählich Schluss machen schließlich äh brauche ich mal einen Schönheitsschlaf hehehe obwohl eins noch bevor ich gehe die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun es gab ein paar zerbrochene Fenster auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein die Deputies Molligan an Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern die die Fertigstellung ihres Hirschfest Festwagens zu heftig gefeiert haben Leute das passiert jedes Jahr ja ich verstehe ja die Aufregung aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb hm es gibt keinen Grund jetzt schon auszuflippen schreibt mal kurz in den Kommentaren ob ihr die Ton ob der zu laut ist oder ob der gut ist und ob ihr mich äh zu leise äh versteht oder ob ihr mich auch äh gut versteht das wäre für mich einmal wichtig auch eigentlich meistens das immer einstellen muss bei der PS4 perfekt freut mich auf jeden Fall ach da ist der Schreibplatz ok 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 Ja, wie soll ich da hinkommen? Warte mal, da ist eine Leiter. Ja, alles klar. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich hier irgendwie aufs Dach komme. Oder auch so. So, für eine Seite, für eine Seite. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmasters. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Ja, gute Frage. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche dich und Alice zu erreichen. Ich war krank, Vorsorge. Ich bin gestern losgeknocken. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Äh, was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice in Führern treffen konnte. Jo, ey, geh doch mal raus da. So. Aber schön, dass mich drei Leute zuschauen. Das freut mich auf jeden Fall. So. Äh, Polizeiwache verlassen. Ja. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildrauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Alte! Ich bin mit Zorten bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt, 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 halt. Ja, hier ist Zorten. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Gute Neuigkeit, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Na her, David! Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem ich... Oh, hey, oh je, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will Ihnen nicht anzeigen. Herr, Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet. Irgendwo im Erlewood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake. Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich hab auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich hab Rossi eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Ja, Freunde, da frage ich mich auch. Wer ist Max? Mann, es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was? Du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry. Mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles ist einfach... Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story. Wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei drei für die Klapsmühle. Warte hier. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten? Mr. Wake. Ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst... So, dann werden wir mal die Folien finden. Im Ernst, ey, du kannst nicht einfach mit einem Entführer treffen. So, was endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Kops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache... Hör mal, mein Kopf angestoßen. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Loversteak? Der Schlüssel besorgt, so zu gehen. Alles klar, wir müssen jetzt mit dem Auto fahren. Dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich reingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Hör mal, Al. Ich sollte glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups. Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar. Bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf weiteres in Gummizellen einziehen. Ich glaube, der hat eine Behinderung, Alter. Komm, ich... Ach, lass den Lover nicht fahr jetzt. Der Lovert mir zu viel, ey. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, Sie töten Sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak. Und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier. Und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Cavalier. Was? Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt es garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahl umnehmen. Alter, der Typ hat doch so viel gekifft, oder was? Das soll wohl nicht. das braucht gehen ich suche hier ist auch nichts leider wollen wir mal rausgehen, ne? bei jeder Stelle Barry hatte sich nie mit Alice verstanden aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte und nun war Alice etwas passiert und hier war Al bewaffnet und Dinge sagen für die Menschen in Gummizellenwander es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten Barry war völlig entsetzt ja, das bin ich auch das bin ich auch also hier sind Spuren das war nicht gerade clever von mir aber ich war immer noch wütend auf Barry weil er es mir ausreden wollte diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache wach sie hatten keine Waffe hups, habe ich hier total vergessen Alter, hab ich mich erschrocken oder hätten das doch kommen doch bestimmt wieder äh, komische Geister ey sehe ich schon kommen Willkommen zurück Freunde wie versprochen hat es sich unser guter Doktor Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? meine Pläne bei Ihnen klingt das so organisiert das ist so gar nicht meine Arme ich habe keine bestimmten Pläne ich will einfach die Atmosphäre genießen für alles andere bin ich doch schon fast zu klapprig wissen Sie da ging doch gerade eine oder hab ich ja los ja genau Pat aber ich werde mir natürlich die Fahrrad anziehen und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb äh, dafür braucht man ein ganz anderes jetzt halloos da ist doch gerade eine gewesen ich bin Auch, Nö xM ALIHHEN !! k Nein, ich hab überhaupt keine Lust, nein, überhaupt keinen Bock auf diese scheiß Geister. ich kann euch nur empfehlen spielt das spiel auch das ist echt der trend alter und am besten noch im dunkeln dann kackt euch richtig in der hose ich habe es einmal im dunkeln angezockt schon wo ich auf dem weg zu zur leuchttung war im dunkeln ich habe gedacht alter jetzt ist alles zu spät die da ab benutzen im fernsehen vor allem im night springs heute Abend wir haben an den Spiegel naja gut lassen wir mal quatschen wir gehen mal in den grauen des todes hallo lass mich doch raus hier wir gehen in das grauen des todes weil ich genau weiß da hinten werden definitiv die geister kommen denn ich hab sie ja schon lange nicht mehr gehabt guck mal da fällt einfach der flasche raus die luft im besucherzentrum war von gestank durchzogen als wäre eine verrottete wasserleiche aus ihrem grab gestiegen rusty hustete weiter blut mein blick fiel auf sein verdrehtes gebrochenes bein der angriff war brutal gewesen max jaulte in seinem käfig fieber und entsetzen weiteten rustys augen er keuchte mr wick es ist so passiert wie auf der seite der mann wandte sich mir zu sein gesicht lang es war schwer ihn in der dunkelheit des waldes um uns zu erkennen die axt die er hoch hob war jedoch gut zu sehen auf ihr glitzerte das blut seiner opfer er grinste irre die schatten lebten und verzerrten sein gesicht eine szene aus einem albtraum doch ich war hellwach nachher nachher schreiber nachher den wuff nachher schreiber nachher nachher Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in hundert tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine Eige. Wir müssen erstmal hier ein bisschen hier das machen, weil ich wusste gar nicht, dass wir das auch machen müssen. Erzählt mal, wie war euer Tag bis jetzt? Wie geht's euch so? Was macht ihr Schönes? Was habt ihr heute noch so vor? Eine Hintertür drang Licht um den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. So, dann gehen wir mal weiter hier in den... ...Verdammt, ne? Ja, wusste ich. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfversetzung. Nein! Nein! Rusty, Rusty. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte, hilf mir! Na, wann kommt der da? Da hinten Flaggerts. Das heißt, da wird definitiv gleich irgendwas passieren. Ich bin hier hinten. Hallo, hilf sie mir! Mist, ruhig! Oh Mist! Es geschah. Genauso wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen... Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Das Lichtzeug einschalten. Ach so. Ich konnte nur für Rust die Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Und ich wette mit dir 100 Pro, dass ich gleich wieder irgendwas haben werde. Ich bin in der Axt. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Ja, zu spät für Rusty. Auf dem Boden waren Öllachen, die die flüssige Dunkelheit aussahen. Ja, sag ich doch. Ja, sag ich doch. Wo ist er? Ja, Rusty ist tot. Na, er ist schon wieder. Das ist so. Auf dem Boden müssen ich mit dir gelongen werde. Es verspürt gegen das Gesetz. Hä? Wo ist er denn? Ach hinter mir ist er jetzt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Scheiße ich habe keine Munition mehr. Oh man das ist schlecht. Alter Zieleine. Ja ich weiß nicht. Keine Munition mehr. Ich weiß nicht wie ich Munition holen soll. Das tut mir leid ich weiß nicht wie ich Munition holen soll. Rusty! 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 Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich. Doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Bühne. Ich muss Wachtti wie Dingsepumster retten. Ich brauche mehr Munition. Und ich wusste es wirklich, dass dieser sch... Blöde... Geist wiederkommt. Ich wusste es. Ja, ob das Nummer 1... Bestbow-Fachos fließenden müssen wir. Geist wiederkommt. Ich sehe das einmal. Jeder will. Irgendetwas wird ja ein gigantisches Loch in die Marke gerissen. Ich will sie nicht in die Ihre Wette an. Halt... Sie spätst dir. Anweisung der Raider! Bless dich! Was ist dein? Nur besucher der Laub die eine Angel lieb sich für den Tagen der Bobbenhafen! Gehen! Die Kinder mit 100 Meter an Bären und Wälder herrassen werden! Und adviert die Musik auf die Geist. Gehen! Das war's für heute. Und ich mag die Viecher nicht, Alter. Ich mag die Geiste überhaupt nicht. Und die Viecher erst recht nicht. Ah. 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 Ah, können wir gebrauchen. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfraats. So. Batterien, Batterien. Ah, klar! Merge! Alter, leck mir mal. Boah, Aichi. Warum immer ich? Warum? Ich will das nicht. Ich will das nicht! Aber alles gut. Wie kriegen das hin? Ich habe zwar keine Polizei mehr. Äh. Ich meine, ich habe zwar keine Batterien mehr. Und wenn ich dieses Geräusch schon wieder höre, ne? Und den Nebelsee. Dann sage ich schon wieder, ich habe schon wieder keine Lust. Es kommen gleich definitiv viele Geister. Hundertpro. So. Oh, hier ist Schrot. Aufhegen. Was haben wir hier? Nix. Aufhegen. 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 Geister. Ich sag doch. Ich hasse... Ich sag ja, ich mag Geister nicht. Aber ich... das wird doch mal in ruhe ihr verdammten geiste ach so Was ist das? 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 Was ist das denn machen? Was ist das? 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 Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Munition suchen Aaaaah Geht gleich weiter Okay. so wir müssen aber in der richtung das heißt vorsicht bär aber ich wette mit euch da wird definitiv gleich noch was kommen sage ich doch ich will nicht ich will nicht warum tut ihr die müde es denn an alte so viele geister wollte mich verarschen mal ich kann jetzt nicht schreiben entweder schreibt so ne hier im chat rein oder ich kann jetzt sehe ich lass mich in ruhe warte hilft nie so eine verdammte mülle ich brauche nicht warum habe ich jetzt schon wieder keine munition ich sag ja das ist so zum mäuse melken mit ne kaum munition und batterie sind auch fast leer mein gott und so da wäre wenn man hier reingehen in die sind gut in der gute stube um zu hoffen dass wir noch mal batterie und ja jetzt hänge ich hier fest schöne kacke ich habe keine munition ich habe nix wie soll ich denn das jetzt schaffen aber ich werde Gott sei Dank geholfen los wir müssen uns beeilen es kommen noch mehr die taschenlampe ist kinderkram wake die leuchtfackeln halten die bastarde auf auch natürlich sehe ich sie wir müssen hier weg warum weil es so in der geschichte steht los jetzt ich habe meine waffe verloren ich habe eine waffe sehen sie nur zu dass sie mit dem licht drauf halten es dauerte einen moment aber dann erkannte ich er war auf der fähre gewesen mit der ich und alles hergekommen waren er hatte sie angestarrt er wusste wie ich hieß wir näherten uns lovers piek das konnte alles kein zufall sein er war der wir haben die denn die machen sie schaden Aua 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 Ich facke euch alle ab. Ich fache euch das. ja was los angst oder pyrus oder was verpiss doch ich bin stärker wie euer ich finde das bloß doof dass ich keine munition habe warum gehen die denn immer auf mich mal an das wird doch eine ruhig bin er ist ich brauche die waffe ja wie soll ich das denn machen all den wenn meine batterie leer ist er ist auch ein knalltulli alter nach leute 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 alle na gut egal wie wird es versuchen beim nächsten mal oder wie wenn es noch mal versuchen ja wir werden es noch mal versuchen beim nächsten mal in diesen hinsicht bedanke ich mich recht herzlich und sage tschüss und tschau bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss